Hallo beim 2forFashion Nachstyling. Kommt, lasst es uns Promi Deutschland nachmachen und Material mixen, bis es nicht mehr geht. Wer auch so aussehen will, der sollte genau jetzt aufpassen. Angefangen wird mit einem dreifachen M, nämlich diesem Material-Mix-Meisterstück. Die coole Tarnjacke mit schwarz abgesetzten Ärmeln ist in 2013 total angesagt. Military Style nennt sich dieser Trend und passt wunderbar zu unserem Material-Mix-Thema. Um hier nicht zu militärisch unterwegs zu sein, kombiniere ich am liebsten eine süße Seidenbluse zur Jacke. Ärmellos und mit coolen Highlights am Kragen bildet sie einen heißen Kontrast zur Tarnjacke. Weiter geht's mit dem Mustermix. Ich habe nämlich noch eine echt scharfe Hose für euch. Das schwarze Superteil kommt im Brokatmuster daher und bildet so einen tollen Gegensatz zur Militärjacke. Wichtig ist, dass die Hose schön eng anliegt, damit euer Outfit wunderbar feminin wirkt. Daran ändern auch die groben Boots nichts. Ganz im Gegenteil, denn der Used-Look passt ganz ausgezeichnet zur Hose und die Nieten findet man an der Jacke wieder. Tja, wild zusammen gemixt und doch passt alles ganz großartig zusammen. Denkt dran, nicht nur Muster sind in 2013 wild zu mixen, nein auch die Materialien, denn it's all in the mix. Eternity, on and on, 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 on. Eternity, um, on, 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 off. Vielen Dank.